Hallo Rikki! Ja, dort vorne haben wir schon ein Exemplar für dich ausgemacht. Es ist nun wichtig, ähm... Ähm... Hallo meine lieben Freunde. Heute zeige ich euch, wie meine Liebe... Oh, verdammt. Okay, warte, stopp. Partei exportieren... Echt jetzt? Jedes Mal? Ja... Du Schlampe. Du Schlampe. Alles gut, alles gut. Hallo meine lieben Freunde. Okay, jetzt... Hallo Rikki. Hallo Rikki. Äh... Nochmal Start. Hallo Rikki. Äh... Mein Gesicht. Ach, Spaß. Nein. Also erkundige dich als erstes, ob die Liebe schon besteht. Hallo. 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 Oh. Ähm... Wo bin ich hier eigentlich? Hallo. Ist das jetzt schon Liebe? Hallo? Was liegt am Strand und kann man kaum verstehen? Eine Nuschel. Es scheint eine schwere Last zu sein. Die sie da bei sich trägt. Hahahaha. 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 Scheiße. Ist das anstrengend. Hiiii. Schiffe versanken. Hahahaha. 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 En. Hahahaha. Damit sie wissen. Was ist Weiss und kann Fliegen? Hahahaha. 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 Geht ihr angefangen? ich glaub der lässt sich das jetzt stundenlang machen ich hab gerade gewartet bin ich auch für immer so lachen kacken ist nicht einfach ich konnte mich hat fast nicht einfach zu reden ja ich überleg auch die ganze zeit ob ich das kurz machen soll oder nicht kurz ich kann ja noch das plumps geräusch machen ich hole jetzt einfach so ne pfanne pfuchst du vielleicht am anfang noch nicht erst wenn ich zu anfangen zu reden oder so aber dann denke ich dass ich dich nicht unterbringe ich möchte immer am anfang schon pfuchsen damit du dich dran gewöhnst komm schon geh rein und beglücke sie ok stinke stinke oh mein gott hier ist alles voller scheiße haha oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020